So, unser Gärtner ist schon fleißig. Da wird auch fleißig Enten gefüttert. Und wir gehen jetzt unsere Runden machen und Richtung Posten müssen ein paar Briefe abgeben, einschreiben, einheben. Im Biergarten könnte man einmal ein Päuschen machen. Gartenterrasse, Bar, Pub, kann man nicht ins Zellchen setzen. Oh, da ist ja noch ein Gärtner. Da vorne auch, drei. Ich wusste gar nicht, was wir drei Gärtner haben. Manfred Man Earthbend, Open Air in Gelsenkirchen. Trabrennbahn, wir gehen zum Flohmarkt. 11.06. sind wir weg in Italien. Hier ist viermal die Woche Flohmarkt. Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Hi, hi, hi. Das sind wir hier am Flohmarkt. Wie geht das alles? Unity Media kann man hier in den Buch und... Ja, uhren, Schlafanzüge, Putzmittel. Komm gleich. Schön. Komm gleich. Komm gleich. Komm gleich. Auf.